Hey, servus Gmunden, hallo Gmundenerinnen, da ist der Julian Leblay, Mr. Spielberg. Bin das erste Mal in Gmunden dieses Wochenende, wir spielen gleich zwei Konzerte am Samstag vor der ehrv und ganz besonders freue ich mich auf die Nena, da spielen wir am Sonntag am Hauptplatz, am Rathausplatz spielen wir, kommt's vorbei, ich habe die Band eingepackt, ich habe die Gitarre eingepackt, ich habe ein paar hoffentlich ganz feine Songs eingepackt und Wetter passt auch glaube ich soweit, also Samstag oder Sonntag oder am besten an beiden Tagen oder irgendwo im Gmundener Nachtleben, wir freuen uns auf euch, kommt's vorbei.